löchen liebe leute auf dem kanal vom old gaming dead lp servus grüßt euch ja ja weiter geht es hier in sunken land aber diesmal nicht mit einem let's play sondern ich möchte euch kurz darauf aufmerksam machen was hier die entwickler geschrieben haben und zwar am 6 november oder ist gepostet großes update in arbeit liebe sunken land spieler wir möchten uns bei euch melden und einige neuigkeiten darüber darüber teilen woran wir im hintergrund arbeiten es steht ein bedeutendes update für sunken land in den startlöchern hier ist eine übersicht darüber was wir vorhaben ja finde ich toll dass sie uns darüber einmal informieren das was großes geplant ist und jetzt schauen wir mal weiter aufregende neue gebiete zum erkunden sowohl an land als auch unter wasser oder bin ich gespannt was da alles dazu kommt neue unterwasser städte ja neue inseln da bin ich gespannt ein neues waffen zusammen bausystem dass es euch ermöglichen wird moderne waffen höherer stufe zu erstellen ja was soll man sich jetzt darunter vorstellen finden wir wieder bestimmte einzelteile die wir zusammen bauen um eine stärkere waffe zu erreichen oder kann man sich vielleicht waffen selber zusammen bauen in dem dass man besseres größeres magazin sich bauen kann oder finden kann dass man bestimmtes rohr findet verschlusssystem größeres kaliber keine ahnung elefanten töter oder was weiß ich keine ahnung müssen wir uns mal überraschen lassen was damit so gemeint ist neue eine neu balance des spieles um eure spielerlebnis zu verbessern also sind sie da dran am mauscheln wären sie jetzt bei höchster stufe wenn man das spiel spielt dann weniger böse die angreifen schießen sie schlechter treffen sie schlechter treffen wir vielleicht besser abzuwarten was sie darunter meinen einen neu balance schauen wir mal wären vielleicht die angriffe anders öfters weniger in einem bestimmten rhythmus wir müssen uns mal ja ganz einfach mal überraschen lassen eine fülle an neuem inhalt den ihr erkunden könnt wie zb neue baubare strukturen ok leuchtet mir ein weil das was wir bis jetzt hatten war ja noch nicht allzu viel können wir dann vielleicht rund bauen gibt es dreiecksformen gibt es andere dächer gibt es andere ja ja eben andere strukturen um eben nicht eine rechteckige oder quadratische base zu bauen kann man anders aufbauen ja müssen wir mal schauen was die damit zu meinen gell dann allgemeine optimierungen da unter was das alles fällt oder was da alles reinfällt keine ahnung ruggelfrei was weiß ich keine ahnung schauen wir halt einmal ne unterstützung für dedizierte es surfer ja gut das betrifft halt dann die koop spieler okay das ist natürlich auch nicht schlecht weil so muss ja glaube ich immer ein ein spieler im koop muss ja den host machen und dann können die anderen natürlich nicht spielen wenn er nicht da ist nicht zeit hatten computer nicht an hatten dann müssen die warten bis der wieder da ist und beim dedizierten surfer wäre es ja so dass ja alles auf diesen ausgelagert ist und jeder zu jeder zeit vom team spielen könnte unerheblich davon ob die anderen da sind na gut schauen wir mal aufgrund des umfangreichen charakters dieses bevorstehenden updates rechnen wir mit einer entwicklungszeit von etwa zwei monaten wir sind bestrebt sicherzustellen dass jede neue funktion den hohen standard erfüllt den sie von uns erwarten das ist mal eine gute aussage also lieber etwas länger am update rum basteln aber dafür passt alles und kommen keine neuen bugs dazu und vor allen dingen dass das spiel dann weiterhin ruckelfrei eigentlich arbeitet manchmal hat es ein wenig ein hänger das habe ich schon bei mir festgestellt aber noch gut damit kann man eigentlich leben ja zwei monate also geschrieben haben sie das am 6 november ja jetzt ist natürlich die frage haben sie eventuell schon im oktober damit angefangen weiß man jetzt nicht sagen sie nichts aber gehen wir mal davon aus die klemmen sich jetzt im november dahinter dann käme der ganze dezember wenn wir glück hätten käme es eventuell zur weihnachtszeit oder vielleicht erst im januar im neuen jahr müssen wir mal abwarten aber es wird was kommen seid für sicher dass wir euch auf dem laufenden halten werden werden wir voranschreiten euer feedback ist uns sehr wichtig solltet ihr vorschläge oder ideen haben zögert bitte nicht uns zu kontaktieren über steam forum oder discord ja ok wissen wir schon gut ich habe direkt an die entwickler geschrieben per e mail ob sie es lesen weiß ich nicht wo es landet die e mail weiß ich auch nicht ob die dann weiter gereicht wird ans entwickler team weiß ich auch nicht warten wir es mal ab vielleicht kriege ich eine rückmeldung dass ich das nächste mal wenn ich irgendwas schreibe über steam forum gehen soll mal schauen gut so das soll es eigentlich gewesen sein dass ich euch mal kurz auf dem laufenden halte was sich in sunken land tun wird ja und dann warten wir es ganz einfach ab ich sage dankeschön fürs reingucken dann denkt an der like ja wem es gefällt zieht ein abo vom kanal und macht die glocke an dann verpasst er nichts dann kriegt er immer eine mitteilung drüber wenn ich was neues hochgeladen habe werbung dürfte auch machen für mein kanal ich freue mich immer über neue abonnenten und in dem sinne sage ich dann einfach mal holdrio bis zum nächsten video tschüss bye bye arrivederci euer old gaming dead lp